hey hallo und herzlich willkommen heute zu einem weiteren versus und zwar der der beile oder in the left corner in the red corner oksenkopf ganz stahl bei in the right corner fiskas freizeit bei ja und dann sind wir schon beim thema wollen wir mal ein wiegen oder auf der waage da steht aus der tombola bis zum 9 viertel geht noch die tolle g-shock aber um die sollte gehen es geht um die beile und hier sieht man schon die von ochsenkopf ist so einen tollen ledertasche drin in einem harz wenn wir die rausnehmen die richtig lecker aus schön kliffen poliert und sogar ich denke mit klarlage überzogen da steht oben man sollte mit dem hammer hinten drauf klopfen und nicht verdrehen sollen wir sind eine schutzbrille und sicherheitsschuhe tragen gucken wir mal wie viel gramm die auf die waage bringt 913 gramm dafür muss man so ungefähr 50 euro hinblechen bisschen weniger und die von fiskas muss ja aufpassen weil die ist nämlich scharf wie der teufel persönlich mit der kann man auch schnitzen die wiegt hier 578 gramm also schon kleiner unterschied klein aber fein unterschied auch wieder zwei fast unterschiedliche gewichtsklassen aber das macht nichts jetzt mal die daten und fakten außenrum na ja wenn man die hier anschaut dann sieht man gleich die ähnlichkeit hier zum beispiel mit diesem komponentengriff von pk das ist auch ein komponentengriff und das ist eine aus einem stück geschmiedete axt also kopf und stiel sind aus einem das ist die full tank konstruktion heißt es um holz zu machen um so kleine schnipsel zu hacken es ist auch eine camping axt und man kann die am gürtel tragen habe ich gerade schon gesagt mit diesem lederhalter und es ist einfach ein tolles gerät die liegt auch gut in der hand man kann die schön auch runter ziehen durch den geschwungenen griff echt eine top sache wie die find von ochsenkopf sind 70 81 also seit 1781 gibt es diese firma eine deutsche firma welt mit internationalem einfluss also weltweit bekannt sagen wir mal so und echt ein hingucker ein tolles ball wenn man das am campingplatz raus sieht ja kann man hinten auch mal ein herring versenken ja damit brauchen man sich nicht verstecken und wenn nachts der bär kommt hat man auch waffe um sich zu verteidigen in der blue corner fisca's freizeit bei mit transport schutz um die 30 euro man kann mit beiden ebenso brennholz scheitle machen durchmesser größer drei zentimeter kann man damit hacken und das hier ist ein doppelt gehärteter stahl und der ist wirklich da vorne und das zeichnet diese fisca's achse aus wo die ja auch diese haut ziemlich scharf da können wir jetzt mal den papier test machen ein bisschen schärfer ist schon die muss man sagen deswegen haben wir da auch schnitzen und die heißt spezial beschichtet das heißt die kleidet schön durchs holz und die hat diesen fiber kommt griff auto die sache dann xxs das schont auch die handgelenke wenn man drauf hat das hat hinten zusätzlich noch eine schleife und weil zu scharf ist sind beide in einem tollen halter da hinten sieht man kann man reingucken hier kann man nicht reingucken und auch mit der hinten ist sie nicht ganz so schön geschliffen wie die hier von oxenball das muss man schon sagen ja und die hat hier auch noch ein fertigungsdatum eingeprägt die hier ist aus 20 meine ich und das auch dahinter aufdruck oben dass man die nicht verkeilen sollte und dass man nicht mit dem hammer drauf klopfen sollte und eine schutzbrille tragen muss wenn man damit arbeitet ganz schwierige entscheidung mal wieder dieses mal überlasse ich die euch schreibt mir doch mal in den kommentaren welche euch besser gefällt ich finde die ist echt toll und die hat schon auch ihre berechtigung weil die ist halt klein und portable und kann man kofferraum reinlegen und die hier ist halt auch einfach toll gefertigt und sind hingucker ja wunderschöne äxte oder beile da muss man sagen dann sage ich wenn ihr keine diesen beile mehr verpassen wollt dann gibt mir ein abo wenn euch das video gefallen hat gibt mir ein like wenn nicht dann schreibt mir eine kritik in die kommentare und verabschieden tue ich mich heute verabschieden tue ich mich heute also eins sage ich euch hochzeit mag nicht so aber auf scheinen stehe ich bis bald die randpflichten leben